Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Hier das vorläufige amtliche Ergebnis. Starkste Kraft ist die CDU mit 37,1%. Die AfD kommt auf 20,8%. Die Linke auf 11% und SPD auf 8,4%. Die Grünen erreichen 5,9%. Die FDP zieht mit 6,4%. Erstmals seit 10 Jahren wieder in den Landtag. Reaktionen auf die Wahl, Ministerpräsident Haseloff erklärte, es gehe nun darum, Stabilität in der Mitte zu schaffen. Es werde Angebote an alle Parteien geben, die sich demokratisch anböten. Auf Bundesebene sprach CDU-Generalsekretär Ziemiak von einem Schub für seine Partei für die Bundestagswahl. AfD-Bundessprecher Krupalla bezeichnete den Wahlausgang als starkes Ergebnis. Aufhebung der Impfpriorisierung. Von heute an kann sich theoretisch jede Bürgerin und jeder Bürger ab 12 Jahren impfen lassen. Zudem beginnen heute auch die Betriebsärzte mit den Immunisierungen. Dennoch bitten viele Mediziner um Geduld, da der Impfstoff weiterhin knapp bleibt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut registrierte binnen eines Tages 1.117 neue Ansteckungen. Das sind rund 860 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz fällt auf rund 24. Prozessumflug MH17. Fast sieben Jahre nach dem Abschuss beginnt heute in den Niederlanden das Hauptverfahren gegen vier mutmaßliche Täter. Die Boeing 777 der Malaysia Airlines war im Juli 2014 über der umkämpften Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Das Wetter heute im Nordosten oft sonnig. Sonst neben Sonne oft stärkere Bewölkung. Im Süden Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst nur örtlich mal Regen oder ein Gewitter. 16 bis 29 Grad. das 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 bis Bis das bis D �도